Jetzt kommen wir aber zu meinen zwei Lieblings-Pants, Shorts. Hey Leute, was geht ab? Maximilian am Schatten. Ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Knall. Freunde, wie immer mein äußeres Erscheinungsbild ignoriert. Ich komme gerade direkt von der Laufrunde, weil ich schnell duschen und muss in 20 Minuten direkt weiter zum... Hallo Daniel. Hallo Daniel. Wir designen die nächste Kollektion. Bin ein bisschen im Stress, aber das Video war mir sehr, sehr wichtig. Deswegen nehme ich das jetzt noch auf. Es geht um ein Thema, das einfach anstrengend ist. Sind wir uns ehrlich. Also ich weiß nicht, wie lange ich gebraucht habe, um passende Sommershorts zu finden. Es gab gefühlt zehn YouTuber, Fashion-YouTuber, die ein Video zu diesem Thema gemacht haben. Und einfach alle Hosen waren meiner Meinung nach hässlich. Ich würde keine einzige davon anziehen. Jetzt habe ich lange gesucht, passende Sommerhosen zu finden. Ich habe da schon einen Haufen hervorgeholt. Nice, Digga. Das sind fünf Arten von Hosen. Zum einen, ich nenne die jetzt mal Sweatpants-Shorts. Also mehr so Jogging-mäßig. Dann so fast schon Basketball-Shorts mit diesem Mesh-Look. Dann Badehosen, die man aber gleichzeitig als Shorts anziehen kann. Und Cargo-Pants. Ich glaube, das waren die vier Arten, die ich vorbereitet habe. Richtig nice Hosen meiner Meinung nach. Ich sage euch auch, wo ich die gekauft habe und habe sie sortiert. Von einem niederen Preisniveau von 20 Euro bis zum höchsten Preisniveau sind wir bei 150 oder 160 Euro. Also für jedes Börsen war es dabei. Vor allem auch, damit wir ein bisschen Geld haben für die neueste Kollektion. Denn, Freunde, wisst ihr Bescheid? Ah, da wisst ihr noch nicht Bescheid. Die Produkte, wenn ihr dieses Video jetzt seht, kommen die Produkte morgen. Und morgen, wieder mal Nachtschicht mit Freunden von mir und natürlich dem Dösami-Team, packen wir alles über die Nacht weg und schicken das los an alle, die vorbestellt haben. Somit soll es Montag, Dienstag bei allen zu Hause ankommen. Und die Woche darauf, also nächste Woche, wenn sich alles ausgeht, machen wir den offiziellen Release. Ansonsten erst die Woche drauf für alle, die nicht vorbestellt haben. Ja, das wollte ich noch. Wer noch nicht, ich meine, es wird keinen treffen, aber wer noch nicht in die Kollektion reingesehen hat, einfach auf memwerner.com hineinschauen. Internet bitte schnell, danke vielmals. Da seht ihr jetzt alle Produkte nochmal, könnt jedes einzelne durchsehen. Preise stehen auch, fit ist Bombe, Stoff ist Bombe, highest quality ever. Die Preise haben schon ihre Berechtigung. Reden wir gar nicht mal länger weiter, kommen wir direkt zur ersten Art von Hosen. Und das sind diese Sweatshirt-Pants. Die sind einfach am chilligsten. Das sind auch die Hosen, die ich den ganzen Tag zu Hause trage. Das Problem ist meiner Meinung nach bei Hosen, die müssen ein bisschen länger sein. Ganz ehrlich, wenn die nur bis zum, oder nicht mal bis zum Knie gehen, schaut das meiner Meinung nach nicht ästhetisch aus. Wenn Frauen Hotpants anhaben, schaut das immer super aus. Aber bei Männern mit behaarten Beinen und so weiter, da musst du schon wirklich so eine athletische Figur haben, wo man jeden einzelnen Muskel sieht und dann vielleicht noch rasiert mit Tätowierungen, damit das passt. Ansonsten Hosen, die nur, die nicht mal bis zum Knie gehen, das schaut einfach aus, als hätte ich die Mama anzogen. Meiner Meinung nach. Aber die gemütlichsten Hosen, damit wir da auch deutsch bleiben, sind natürlich diese Sweatpants-Shorts. Davon habe ich einige hier vorbereitet. Ich habe die in unterschiedlichsten Farben. Diese hier in so einem Bandana-Style, schon ein bisschen ausgewaschen, ich habe die schon länger, genauso lang habe ich die mindestens schon. In so einem Rosaton finde ich eigentlich ganz nice. Und die, die ich anhabe, die so ein bisschen Babe-mäßig aussieht, die habe ich aber tatsächlich alle drei vor vier Jahren oder so bei H&M gekauft. Die sind einfach chillig, mit denen ist es, die sind einfach so gechillt. Es gibt aber auch schon neuere Varianten, die ich persönlich sehr feiere, wie zuerst diese hier, ich glaube sogar mit Fleck, nein, nicht mal, perfekt gewaschen. Die ist in so einem, ja, das ist Baumwolle, die habe ich sehr günstig gekauft. Damals, könnt ihr euch erinnern, die besten Sommershorts, für kleines Geld habe ich letztes Jahr schon gemacht. Das ist, glaube ich, die einzige, die ich bei, wie heißt das, Ali, AliExpress oder so bestellt habe, die tatsächlich angekommen ist. Also der Rest ist gar nicht angekommen, aber ich glaube, die hat 17 Euro oder so gekostet. Die ist ganz gechillt, weil mit diesem Braunton passt das gut zu Travis Scott Fits, wie zum Beispiel der Shirt oder die Schuhe. Also kleines Budget. Aktuell aber zu bekommen, das sind ja jetzt alles Hosen, die habe ich schon länger, aktuell, finde ich, macht sehr nice Hosen-Verwähler. Habe jetzt auch zwei Hosen zugeschickt bekommen. Ich habe noch keine Fitpics mit den Hosen. Zu fast allen, ich glaube, zu allen anderen weiteren, habe ich Fotos, die ich hier jetzt mal wieder einblenden werde, aber nicht unbedingt zu jeder Hose. Deswegen einfach auf MIM, Blödsinn, auf Max Over Me, auf meinem Instagram-Account, da sind sehr viele Fitpics, gerade im Sommer ziehe ich eigentlich hauptsächlich Shorts an. Ist einfach chilliger, passt einfach mehr zum Sommer. Also Shorts mit Fitpics, wie ich die Sachen kombiniere, auf jeden Fall auf Max Over Me vorbeischauen. Von Favela. Zwei Hosen zugeschickt bekommen, zum einen diese hier, in so einem Stonewashed-Look, wie man hier sehen kann. Das sind keine zukünftigen Kinder von mir, die den Weg nicht ganz in die Gebärmutter geschafft haben, sondern da habe ich mich wieder mal klassisch mit irgendwas angepasst. Das heißt, die habe ich jetzt gut getragen, die letzten drei Tage. Ich finde die nice, weil die vorne so eine Buntfalte hat. Hier haben wir auch so einen Gummizug. Aktuell eigentlich passend so zum Stil. Wir haben hier noch zwei Taschen mit Zipp, was mega praktisch ist, weil wie oft passiert es einfach, wenn man ins Auto einsteigt, dass das Handy rausfliegt oder irgendwo anders. Nervig. Deswegen mit Zipp finde ich sehr, sehr praktisch. Fit ist gut. Ich sage ganz ehrlich, was mich ein bisschen stört ist, die geht knapp noch übers Knie. Das heißt, ich ziehe die meistens so ein Stück runter, dass man schon sieht, wenn man das Leiberl draufziehen würde. Aber sonst vom Fit her Baba kann ich schon erstens empfehlen. Vor allem, ich habe diese Stonewash noch nicht oft gesehen und diese Buntfalte vorne feiere ich einfach des Todes. Wollten wir bei M&M auch machen, aber ihr wisst, Corona-Zeit fliegen sich keine Sommerkollektion mehr aus. Ich habe die auch zugeschickt bekommen in so einem helleren Ton. Die finde ich auch sehr elegant. Ich finde, das ist so die elegante Variante davon, auch mit Buntfalte, auch mit Zipp und auch mit diesem Gummibund. Ich glaube, die gibt es für, ich müsste jetzt lügen, 40, 50 Euro oder so. Zahlt sich auf alle Fälle aus. Danke vielmals, dass ihr mir die zugeschickt habt. Finde ich cool. Das Gummibundle kann aber auch ganz nervig sein, muss man auch dazu sagen. Kommen wir zu diesen Basketball-Shorts. Die finde ich auch sehr nice. Also da habe ich, das ist noch eine vom letzten Jahr, die habe ich bestellt, die ist halt mehr ausgefallen. Also das ist so fast schon in Lilano-Richtung, relativ bunt. Ananas ist das Quart. Aber wir erkennen hier natürlich unten an diesem Strichlierten, dass die so in diesem Basketball-Look ist. Die finde ich nice, weil die geht übers Knie. Relativ breit, relativ baggy, finde ich persönlich cool. Aber ist natürlich, ja, jetzt nicht Schlichtes, sondern da muss man natürlich eher basic dann bleiben bei dem Shirt und den Schuhen und so weiter. Finde ich persönlich cool. Ich glaube auch für die habe ich bei Alibaba irgendwann gekauft oder so. Habe ich auch nur 20 Euro oder so. Bezahle ich, schwitze wieder nach der Laufung und ist ein Wahnsinn. Jedenfalls sehr nice Hose. Gibt es bei den alten Fotos auch auf Max Over Me ein paar Fitbits. Kommen wir zum nächsten und zweiten und einzigen Basketball-Schwarz, die ich sonst noch habe. Das ist eine schlichte, weiße, sehr chillige. Die hat so einen lockeren Messstoff. Die finde ich sehr, sehr chillig. Hier hatte ich schon mal ein Loch irgendwo, das habe ich dann nähen lassen. Aber auch hier in diesem Basketball-Look müsst ihr schauen, Freunde. Wenn ihr euch traut, das ist halt anscheinend so eine 50-50-Chance, ob das ankommt. Bei Alibaba so eine zu bestellen, findet ihr safe was. Gebt einfach rein Basketball-Shorts, dann findet ihr sowas. Ich bin halt kein Fan von Mannschaften und so weiter, weil... Ich kaufe mir jetzt auch kein Juventus-Jersey, nur weil ich es nice finde, dass schwarz-weiß ist, wenn ich kein Juventus-Fan bin. Und dasselbe denke ich mir halt auch bei Basketball. Deswegen lieber schlichter gehen. Gut, Basketball-Shorts. Sehr, sehr nice. Ich habe die jetzt nicht in der Priorität, wie nice ich die Hosen finde, von Sweatpants-Shorts bis Cargo-Pants-Shorts gelistet, sondern einfach durcheinander. Ah, im Preis steigern auch nicht. Egal. Wir kommen zu den Badehosen, die man auch als Shorts anziehen kann. Da habe ich eigentlich nur zwei von Off-White. Da habe ich diese hier, die habe ich mir vor kurzem gekauft auf Farfetch. Für die habe ich 200 Euro bezahlt. Die ist aber auch relativ kurz, die geht knapp nur übers Knie, muss ich auch immer ein bisschen ziehen. Ich habe 200 Euro dafür bezahlt, aber der Scheiß ist halt, die hat einfach keine Hosentaschen auf der Seite. Also wo ich das gesehen haben wollte, ist direkt wieder zurückschicken. Habe es aber jetzt doch bezahlt, äh, doch behalten. Finde ich ganz cool. Habe ich draußen noch nicht so getragen, sondern meistens zum Trainieren und eben, ja, fürs Freibad, zum Flexen, beim Turmspringen. Beste Leben. Ich habe die nochmal in einem Grün. Die habe ich schon sehr lange. Ist genau dasselbe Stoff, finde ich auch. Ganz nice, habe ich schon länger, bin schon viel gesprungen. Damit eignen sie sich halt perfekt als Badehosen. Jetzt kommen wir aber zu meinen zwei Lieblings-Pants, Shorts. Die habe ich beide von Represent geholt. Einer für 100, keine Ahnung, 149, einer 160. Ich weiß nicht genau, aber so um den Dreh. Ja, ich fange mal mit der zweitliebsten an. Das ist die hier. Die ist von Represent. Wir kennen es an diesen klassischen Cargo-Pants-Taschen. Muss man mögen. Sind aber mega praktisch, Leute. Man kann so viel einstecken. Es ist so chillig. Und es schaut dann einfach... Kennst du diese Leute, die ihre fetten Geldbörsen in diese Arschtasche packen und dann schaut hinten sein... Naja, es schaut furchtbar dämlich aus. Bei dem ist das überhaupt kein Problem. Fällt gar nicht auf, weil du einfach vorne solche Taschen hast, die von Hause aus schon wegstehen. Das ist schon mal sehr nice. Man muss sich halt mit diesem Zeltstoff anfreunden. Weil wenn es heiß ist, dann klebt das halt. Ja, das muss man auch dazu sagen. Das Ding ist halt, ich hatte die in L bestellt. Die ist dann angekommen. Hat prinzipiell gut gepasst. Aber die war einfach viel zu kurz. Viel zu kurz einfach. Ich weiß nicht, warum aktuell so viele die Hosen so machen, dass die Knie raus sind. Vielleicht schaut es nur bei mir beschissen aus. Don't know. Aber mir gefällt es halt einfach auch nicht. Und darum habe ich mir jetzt nochmal ein XL bestellt. Passt jetzt von der Länge besser. Aber ich muss halt die ganze Zeit herumzupfen, weil wenn ich zweimal springe, stehe ich nackter. So circa ist das Ganze. Trotzdem vom Look her in einem Camouflage-Turm, den ich so noch nicht gesehen habe. Und ich feiere halt einfach auch die Taschen, so wie ich es bei den Cargos von Represent auch habe. Kommen wir zur letzten. Die habe ich ebenfalls von Represent. Ihr merkt schon, ich ziehe gerne Shorts an. Warum auch nicht? Wieso sollte ich im Sommer keine Shorts anziehen? Es gibt nice Shorts und ich muss keine Angst haben, dass ich damit dämlich ausschaue. Lieblingshose. Ebenfalls Represent. Wir haben hier eine schlichte, schwarze Cargo-Pants. Der Stoff ist Wahnsinn. Das ist ein ganz eigenartiger Stoff. Wenn man den auseinanderzieht, ist der so leicht flexibel. Aber ich kann nicht genau sagen, was das ist. Ich kann es echt nicht sagen. Fühlt sich auf jeden Fall sehr nice aus. Sehr nice an. Natürlich auch praktisch mit den Taschen auf der Seite. 150 Euro. Ich weiß nicht genau, schaut es nach, Leute. Ich glaube, die gibt es sogar noch. Vielleicht gibt es jetzt sogar im Sale. Represent macht ja aktuell Sale. Aber es gibt auch günstige Varianten. Ich glaube, Favilla hat eh auch günstige Varianten. Also schaut einfach nach. Ich weiß nicht, wie viele Shorts das jetzt waren. Aber ich glaube, da waren safe für jeden eine Short dabei, die ihr nice findet. Ich hoffe, ich habe euch ungefähr angesagt, wo was dabei ist. Ich hause aber nochmal in die Infobox von den Dingen, die ich gefunden habe. Natürlich ohne Code. Also ich verdiene nichts daran. Ich habe da Werbung stehen. Ist halt Werbung für einzelne Produkte. Aber ich verdiene nirgends was dazu. Also ihr könnt es dieser Links anklicken. Ich habe nichts davon. Schaut auf alle Fälle rein. Ich hoffe, ich habe euch geholfen. Schreibt mir bitte in die Kommentare, ob ihr noch weitere Shorts nice findet, die wir vielleicht in dem Video jetzt nicht hatten. Welche Short ihr am nicesten gefunden habt. Und welches Format ihr noch wollt. Es wird am Freitag noch eine Reaction kommen. Ausreiß da, ihr wisst Bescheid. Und am Sonntag kommt, ja, Lara hat mir ein Outfit bei Farfetch gekauft. Da sind jetzt schon drei Pakete. Morgen kommt das letzte an. Und ich bin gespannt. Ich glaube, 1800 Euro hat sich ausgegeben. Keine Ahnung, was mich da erwartet. Aber schaltet am Sonntag auf alle Fälle rein. Im Prinzip passt das von mir. Gespannt bleiben. Nächste Woche hoffentlich schon Release von MEM. Ihr wisst Bescheid. Schaut vorbei auf memvienna.com. Sucht euch was Nices aus. Wir haben die Hälfte schon ausverkauft in der Vorbestellung, wo eine Stunde ist. Das heißt, wer was bekommen möchte, dann am Droptag auf jeden Fall schnell sein. Aber auf MEM Vienna, auf Instagram, seid ihr sowieso informiert. Liebe Leute, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gut gefallen hat, dann lasst mir auf jeden Fall ein Like da, wenn ich euch helfen konnte auch. Und schreibt mir in die Kommentare die besprochenen Dinge. Das war's von mir. Euer Maximilian. Das möchte ich genauso tragen.